Ein Großsegel, ein Vorsegel oder auch Fock genannt und die wollen wir jetzt hochziehen und da könnt ihr ruhig mal mit mir an Bord kommen. Wende heißt, dass wir mit dem Bug durch den Wind gehen. Die Segel wechseln die Seite. Miriam, für dich heißt es, dass du die Pinne von dir wegdrückst. Kann man sich nicht merken mit dem B für Wende. Was ist das Besondere an Kiel? Also wenn man woanders ist und an Kiel denkt, dann sagt jeder immer, ja, Kieler Woche. Aber die Kieler Woche ist zwar eigentlich das größte Segelsportereignis in Deutschland und eigentlich auch das größte Sommerfest in Europa. Die Idee der Fischbar ist eigentlich geboren worden vor zweieinhalb Jahren. Und uns war es immer wichtig, ein ehrliches Fischbrötchen zu machen. Ja, also wir sind hier vor der Campus Street. Die haben hier ein Konzept aufgestellt, wo man halt günstig Kaffee bekommt. Eigentlich im Prinzip Starbucks ähnlich, nur halt für Studentenpreise sozusagen. Da kriegt man Muffins, Sandwiches, Kaffee, Softdrinks, alles was man möchte. Das ist super. Das ist schon mit der Aufkommen im Spiel. Und da kriegt man Muffins mit, was ich noch mal. Und da kriegt man, was ich noch mal. Die Leute so zusammengegangen. Das heute ist gut. Die Leute so zusammengegangen sind, was ich hier stehen für jede Woche. Sollen Sie ein Bucher, wie sie es hier. Die Leute so zusammengegangen sind. Ja, ihr seht ja, dass das Holzentor sich in unsere Richtung neigt. Das neigt sich quasi nach Süden. Das liegt daran, dass die Mauern nach außen zum Äußeren der Stadt 3,50 Meter breit sind und zum Inneren nur 80 Zentimeter, weil natürlich nach außen die Befestigung sein muss. Es neigt sich immer und einige Lübecker haben natürlich Angst, dass es irgendwann umfällt, aber es wird natürlich regelmäßig geprüft und noch bleibt es uns erhalten. Musik 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 Musik